Ich hasse ihn. Das Schwein hat mich benutzt. Er hat mich drogensüchtig gemacht, als ich zwölf war. Er hat mich gezwungen, Pornofilme zu drehen. Ich hab ihn aus dem Fenster gestoßen. Er ist tot. Er zog sie von hinten fest an sich heran und sie spürte die Härte seines Schwanzes. Vergleichbar mit einer Latte. Ich glaube, Thomas hatte mit Jacques ziemlichen Ärger. Wissen Sie, wie sie heißen? Nein. Nicht bewegen. Er weiß seinen Namen nicht. Er hat unser Leben ruiniert. Nein, hat er nicht. Er hat es vielleicht beschädigt, aber das kriegt man wieder in den Griff. Ich fange ein neues Leben an. Schlafen Sie mit mir? Warum? Weil ich ein Infomanin bin. Hatten Sie schon mal Sex? Nein. Wie können Sie ein Infomanin sein, wenn Sie nie Sex hatten? Ich bin wählerisch. Haben alle Frauen zwischen den Beinen Haare? Ja, die meisten jedenfalls. Die Frau auf Seite 22 hat keine. Ich habe da etwas, das Mr. Jacques gehört. Was wollen Sie, Sophia? Eine Million Dollar. Okay. Spuck's aus. Wo ist Sophia? Losfahren Sie. Und wohin? Sie sollen losfahren. Wo ist Sophia Ludens? Sie sagt, du seist sehr gefährlich und brutal. Ich glaube keinem. Bitte tun Sie mir nichts. Wie kann man vor einem Typen Angst haben, den man liebt? Was immer sie dir erzählt hat, was immer ich gewesen bin, Thomas! Akzeptiere mich so, wie ich jetzt bin. Da, ich bitte nicht. Aberparty ist so, wie kurz, Wo ist die Gruppe? Das ist eine Sprache.